wir brauchen zu jump up wir brauchen zu jump up wir brauchen zu jump up b ist keiner wo ist twitch alter Eingangshalle ist Bandit Twitch b ist frei geht zu b rein b ist komplett frei komm her blende hier hinten dass man es vom fenster aus sieht irgendwo schön wenn die den Double unbedingt haben wollen eins zwei zwei Oh Na ja, Andy ist ja steinalte. Hey, warum schießt du auf mich, du Pronk? Hier im Fenster. Ich weiß, da bin ich ja. Schön. Ah, der ist weg. Hier im Fenster. Ach komm, direkt am Fenster sind beide. Lauf doch nicht um die Ecke. Ja, Termite, der hat aber nichts mehr. Den hab ich richtig erwischt. Ich sag mal, brauchst du ne Spritze. 0-1. Spring halt raus, Chris Rowe. Oder wie du das heißt. Mein, der Termite. Kumpel. Dock und so. Das gibt nicht. Einer ist drinnen. Einer ist oben durch Fenster. Geradeaus, der ist bei der Bombe. Bombe B, Andy. Bombe B. Meine Fresse. Und der andere ist bei der Bombe B. Geradeaus, links. Weiter links, weiter links, geradeaus. Schieß, schieß, schieß. Schön. Jo. Tanzt mal nicht alle vorm Fenster rum, bitte. Dann will ich mal den Anbieter mal ansprechen. Das ist normalerweise immer kostenlos, der Stock ist dann hoch. Kann mir jemand aufmachen? Hat jemand ne Pumpe oder sowas? Oder Ash kann hier aufsprengen. Du hast Sprengmatten, du Termite. Ich mach das. Ja, ey. Ich will aber nicht, weil... Ja, ja, ich mach das. Ja, ja, wir haben doch hier Sledge dabei. Sledge Regels. Warte, ich geh mal mit einer Drina rein. Das hatten wir nämlich auch mal als Kabelwert. Rund hier. 200er Leitung. Dann ab einmal, wo mein Vater eingefakt hat, kostenlos auf 15.000. Ey, ich hab nen neuen Operator bekommen. Nein, lass den nicht. Vielen Dank für deine Unterstützung im Operation. Siehst du das hier? Die Gays Kopfbedeckung. Ach, warum, ey. Na, wenn du die überhaupt bekommen hast. Gaylord Fucker, ey. Der ist geradeaus hinten durch. Vielen Dank für deinen Schutz zum Operation Health. Als Besitzer sind wir da so ausgeprägt. Äh, echt lächerlich. Moin Moin. Oh, Alpha Pack. Hast du noch nicht bekommen. Eben ein blauer. Schön, schön Andi. Jetzt liegen da zwei Verletzten darunter mit euch. Einer ist an der Treppe. Und zwar direkt auf Ping. Und zwar bei Bombe B. Steht auf der Treppe. Meine Fresse. Ich bin hier... Dock des... Dock des, äh... Na komm, IQG sterben. Boah. Mega, die Flashbang. Alle blind. Ach du Scheiße. Verpiss dich. Ja. Andi, der steht auf der Treppe. Ja. Ich hab ihn gesehen. Ich hab die Gales-Kopf für Deckung bekommen. Ey, nicht. Der Sledge geht mir so auf den Sack, ne? Ja, mir auch. Das war von genau das gleiche. Ja, komm. Ernsthaft. Ja. Ich mein, ich hab auch die Tarnung für die Waffen bekommen. Ich hab's ja gesehen. Na, aber ich bin Level Null. Wie geil. Hast du noch ne... noch ne Cam? Äh, hab ich. Oh, Frostfalle? So, ich sehe eine? Ja. Doch, da ist ein Frostfalle. 24 Sekunden. Ja, ich weiß. Compression 1,5. Merkur-Stab hab ich auch. Schöööön. Ja, aber da ist jemand drinnen. Und eine Claymore, durchs Kessel, da habt ihr eine Claymore hingesetzt, ja, habt ihr. Sehr gut. Ich hab Kessel. Robert, wieso machst du mein Kessel doch zu? Ich wollte es aufspringen. Ich hab da ein Loch angeschossen, das war wunderschön, ich hab schon einen geholt dadurch. Okay, sorry. Das ist ein richtig guter Vorbild. Robert Niveau. Ja, das sehe ich aber nicht. Ist da einer an dem Schrank oder was? Wo ist denn der letzte? Wo ist denn der Diffuser? Wo ist denn der Diffuser? Wo ist denn der Diffuser? Oh Gott, der liegt da hinten, wer hatte den denn schon wieder? Wo ist denn der Diffuser? Die letzte Diffuser ist der Lord. Okay.